Sie schätzen gute, frische, regionale Küche auf höchstem Niveau? Sie mögen die herzliche und lockere Atmosphäre eines traditionsreichen Familienbetriebes? Und liegen gleichzeitig Wert auf modernste Standards bezüglich Angebot, Komfort und Technik? Gut angebunden und dennoch ganz ruhig, in idyllischer Natur gelegen, umgeben von Wiesen und Wäldern, die Weser zum Greifen nah, lädt das Waldhotel Moorhof zum Verweilen ein. Ganz gleich, ob Candlelight Dinner, ein entspanntes Essen mit der Familie oder Freunden, gediegene Geschäftsessen, stimmungsvolle Familienfeste, Geburtstags- und Jubiläumsfeiern oder Firmen-Events, unsere vielseitigen Räumlichkeiten bieten stets das perfekte Ambiente und Platz für bis zu 200 Personen. Auch für Schulungen, Seminare und Tagungen sind unsere Räume bestens geeignet. Unser erfahrenes und engagiertes Team steht für einen professionellen Ablauf und eine kulinarisch gelungene Veranstaltung. Wir verwenden vorwiegend frische Zutaten aus der Region und werden damit unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht. Dieser gilt auch für die Zimmer in unserem Nichtraucherhotel. Frisch renoviert, in modern, elegantem Design und warmen Farben, sind sie standardmäßig mit Dusche oder Bad und WC, Satellitenfernsehen, Telefon- und WLAN-Anschluss und schallschutzdichten Fenstern ausgestattet. Softdrinks, Kaffee und Tee können Sie rund um die Uhr kostenfrei genießen. Und einen Blick ins herrliche Weserbergland. Es lädt direkt vor der Haustür zu erholsamen Spaziergängen, Rad- und Wandertouren, Kanufahrten oder Ausritten ein. Golfer können zwischen mehr als 10 Golfplätzen wählen. In der warmen Jahreszeit können Sie auf unserer Sommerterrasse entspannen. Die über 80 geschützten Plätze sind perfekt, um die lauen Sommernächte zu genießen. Und einmal in der Woche frisch gegrilltes. Falls Sie an einem anderen Ort feiern, können Sie gerne unseren Rundum-Catering-Service nutzen. Wir planen und organisieren Ihr Fest. Ab 20 Personen bis zu Veranstaltungen mit 200 Teilnehmern. Und das mit jahrzehntelanger Erfahrung. Denn bereits seit 40 Jahren ist das Waldhotel Moorhof im Besitz der Familie Balke. Heute führen Sabina und Andreas Balke die Geschäfte in zweiter Generation. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!